Je früher, desto besser. Dieses Motto gilt für fast alle Themen, die mit Krebs zu tun haben. Für die Therapie, die Diagnose und auch für das Wissen über Krebs. Je früher du Bescheid weißt, desto weniger Angst musst du haben und desto besser wirst du dein persönliches Krebsrisiko einschätzen können. Ich werde dir in den folgenden Minuten erklären, was Krebs genau ist und ich werde dir auch sagen, wie du dein Risiko für Krebs senken kannst und welche Möglichkeiten es heutzutage zur Behandlung und Früherkennung von Krebs gibt. In der Öffentlichkeit wird oft von dem Krebs gesprochen. Das ist eigentlich falsch, denn den Krebs gibt es nicht. Denn Krebs ist keine einheitliche Krankheit. Unter dem Sammelbegriff Krebs fasst man heute, je nach Zählweise, 200 oder mehr verschiedene Krebsarten zusammen. Bei genauer Betrachtung unterscheiden sie sich so deutlich voneinander, dass man sie alle als eigenständige Krankheiten betrachten muss. Allein bei Brustkrebs unterscheidet man inzwischen dank einer ausgeklügelten Diagnostik mehr als 20 Krankheitstypen. Der Brustkrebs der einen Patientin kann aufgrund seiner genetischen Eigenschaften einen so deutlich anderen Charakter haben als der Brustkrebs einer anderen Patientin, dass er komplett anders behandelt werden muss. Alle diese Erkrankungen fassen wir unter dem Begriff Krebs zusammen. Die Gemeinsamkeit dieser Erkrankung ist ihre Ursache. Die Ursache aller Krebserkrankungen sind genetische oder epigenetische Veränderungen des Erbguts, die zu einer Fehlregulation des Zellwachstums und der Zellteilung führen. Wenn normale Zellen des Körpers zu Krebszellen geworden sind, ignorieren sie alle Stoppsignale. Dann wachsen sie ohne Ende. In vielen Fällen bilden sie einen Geschwulst und werden so zu einem Tumor. Abhängig von seinen Eigenschaften bezeichnet man so einen Tumor dann als gutartig, bösartig oder halbbösartig. Gutartige Tumoren nennt man auch benigne. Sie wachsen ohne benachbartes Gewebe zu zerstören. Sie bleiben an ihrem Entstehungsort und bilden auch keine Absiedlung, Metastasen genannt, an anderen Stellen im Körper. Semimaligne Tumoren bilden keine Metastasen. Allerdings wachsen sie in das umliegende Gewebe ein. Maligne Tumore sind das, was man im engeren Sinne unter Krebs versteht. Sie werden als bösartig bezeichnet, weil sie zerstörend in ihre Umgebung einwachsen und im gesamten Körper Metastasen bilden, die wiederum ihre Umgebung zerstören. Alle Krebserkrankungen zusammen sind nach Herz-Kreislauf-Krankheiten wie Herzinfarkt oder Schlaganfall die häufigste Todesursache in Deutschland. Der offiziellen Krebsstatistik zufolge erhielten im Jahr 2019 etwas mehr als 500.000 Menschen in Deutschland die Diagnose Krebs. Darunter sind rund 268.000 Männer und 235.000 Frauen. Insgesamt leben in Deutschland zurzeit rund 1,6 Millionen Menschen, bei denen in den letzten fünf Jahren Krebs diagnostiziert wurde. Obwohl sich Krebs theoretisch in jedem Organ und jedem Gewebe des menschlichen Körpers entwickeln kann, treten manche Krebsarten deutlich häufiger auf als andere. Entstehungsort der meisten Krebserkrankungen sind die inneren und äußeren Oberflächen des Körpers. In sieben von zehn Fällen ist Drüsengewebe der Ausgangspunkt. Das ist zum Beispiel auch bei Brust- und Prostatakrebs der Fall. Diese beiden Krebsarten bilden zusammen mit Lungen- und Darmkrebs in Deutschland die Big Four der Krebsmedizin. Diese vier Krebsarten alleine machen etwa die Hälfte aller Krebsfälle aus. Die bei Frauen in Deutschland mit Abstand häufigste Krebserkrankung ist Brustkrebs. Fast ein Drittel aller Krebsdiagnosen bei Frauen sind Brustkrebs. Im Jahr 2019 waren das immerhin mehr als 71.000 Fälle. Und auch Männer können Brustkrebs haben. Allerdings sehr selten. Im Jahr 2019 wurden 760 Fälle gezählt. Der häufigste Krebs bei Männern in Deutschland ist Prostatakrebs. 2019 entsprachen die rund 69.000 Neuerkrankungen fast einem Viertel aller Krebsneuerkrankungen bei Männern. Lungenkrebs und Darmkrebs, eigentlich Dickdarmkrebs, betreffen Frauen und Männer gleichermaßen. Im Jahr 2019 waren das jeweils ca. 59.000 Neuerkrankungen. Das sind auf den ersten Blick beeindruckende Zahlen. Angst machen sollten sie aber nicht, denn immerhin leben in Deutschland derzeit mehr als 84 Millionen Menschen. Betrachtet man allein die beiden bei Männern und Frauen häufigsten Krebsarten, also Prostata und Brustkrebs, wird deutlich, wie hoch oder niedrig das persönliche Erkrankungsrisiko ist und wie es mit dem Älterwerden steigt. Laut Statistik erkrankt etwa eine von acht Frauen in Deutschland im Laufe ihres Lebens an Brustkrebs. Bei Männern ist das Lebenszeitrisiko für Prostatakrebs vergleichbar hoch. Einen von acht Männern in Deutschland trifft es irgendwann. Derjenige will man natürlich nicht sein. Und das bringt mich zur nächsten Frage. Was kann man tun, um sein Erkrankungsrisiko für Prostatakrebs, für Brustkrebs oder für einen anderen Krebs zu senken? Die Frage kann man bei vielen Krebsarten gar nicht so leicht beantworten. Grundsätzlich spielen bei der Entstehung von Krebs immer Umwelteinflüsse und genetische Faktoren eine Rolle. Je nach Krebsart und Tumortyp aber unterschiedlich stark. Die Gene legen unsere Veranlagungen fest. Sie bestimmen damit auch, wie anfällig jemand für krebsauslösende Umweltfaktoren ist. Zu den Umweltfaktoren, die Krebs verursachen können, gehört im Prinzip alles, was wir essen, trinken, rauchen, einatmen, berühren oder was sonst wie in unseren Körper gelangt. Radioaktive Strahlung und UV-Licht sind zum Beispiel eindeutig krebserregend. Treffen diese energiereichen Strahlen auf den Zellkern, können sie den genetischen Text gesunder Körperzellen verändern. Diese Veränderungen nennt man dann Mutationen. Im ungünstigsten Fall reicht eine Mutation aus, um aus einer gesunden Körperzelle eine Krebszelle zu machen. Im Normalfall müssen dafür aber sehr viele Mutationen zusammenkommen. Krebsentstehung ist deshalb auch meist ein langsamer und schleichender Prozess, der viele Jahre dauert. Das ist ein Grund, warum Krebs häufig erst in einem höheren Alter auftritt. Das Alter selbst ist aber auch ein eigener Risikofaktor für Krebs. Mit zunehmendem Alter wird unser Körper einfach anfälliger für interne Fehler. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass krebsauslösende Genveränderungen entstehen. Bei vielen äußeren Einflüssen ist nicht klar, wie und ob sie das Risiko für Krebs beeinflussen. Dank umfangreicher Statistiken sind aber inzwischen einige Risikofaktoren bekannt, die die Wahrscheinlichkeit, Krebs zu bekommen, erhöhen können. Dazu gehören zum Beispiel ungesunde Lebensgewohnheiten und deren Folgen. Etwa 19% aller Krebserkrankungen in Deutschland werden durch das Rauchen verursacht. Übergewicht, Bewegungsmangel und Alkoholkonsum lassen das Krebsrisiko ebenfalls ansteigen. Und wenig Obst, Gemüse oder Ballaststoffe zu essen, stattdessen aber viel Fleisch, ist im Hinblick auf das persönliche Krebsrisiko auch keine gute Idee. Ein gesunder Lebenswandel und eine ausgewogene Ernährung mit vielen pflanzlichen Lebensmitteln können also das persönliche Erkrankungsrisiko für viele Krebsarten senken. Ein gesunder und aktiver Lebenswandel ist auch im Hinblick auf andere Krankheiten eine uneingeschränkt gute Empfehlung. Das heißt aber nicht, dass ein gesunder Lebenswandel zu 100% vor Krebs schützt. Bei sehr vielen Frauen und Männern mit Krebs findet man einfach keine Erklärung für den Ursprung der Erkrankung. An Krebs zu erkranken ist häufig einfach Schicksal. Es ist ein allgemeines Lebensrisiko, das steigt, je länger das Leben dauert. Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es? Die gute Nachricht gleich vorweg. Die Chancen Krebs zu heilen oder so lange auszubremsen, dass Patientinnen und Patienten mit einer Krebserkrankung noch viele Jahre gut leben können, waren nie besser als heute. Denn im biochemischen Räderwerk vieler Krebserkrankungen entdecken Forscherinnen und Forscher immer wieder Angriffspunkte für neuartige Medikamente. Die moderne Krebstherapie steht auf vielen Säulen und bei den meisten Krebsarten verspricht eine multimodale Therapie tatsächlich auch den besten Erfolg. Je nach Situation werden Chirurgie, Strahlentherapie und die Gabe von Medikamenten oder Hormonen miteinander kombiniert. Bei vielen Krebsarten, zum Beispiel bei Darm- oder Lungenkrebs ist eine OP nach wie vor die einzige Maßnahme, mit der eine Heilung möglich ist. Denn solange ein Tumor auf einen kleinen Bereich beschränkt ist, besteht die Möglichkeit, alle Krebszellen komplett zu entfernen. Die Chirurgie stößt allerdings an ihre Grenzen, wenn ein Tumor sich weit ausgebreitet oder schon Tochtertumoren, also Metastasen, irgendwo im Körper gebildet hat. Wenn das Herausschneiden eines Tumors keine Option mehr ist, hilft oft eine Strahlen- oder eine Medikamententherapie. Beide Therapieverfahren haben das Ziel, das Wachsen der Krebszellen möglichst lange aufzuhalten. Eine Therapie mit Krebsmedikamenten schließt sich häufig auch an eine OP an. Die Idee dabei ist, Krebszellen zu zerstören, die sich möglicherweise noch versteckt im Körper befinden. Als Chemotherapie wird in der Krebsmedizin traditionell die Therapie mit Zytostatika bezeichnet. Zytostatika sind Medikamente, die die Zellteilung blockieren können. Zytostatika wirken ungezielt und blockieren alle sich teilenden Zellen des Körpers. Das ist auch der Grund, warum einem bei einer klassischen Chemotherapie die Haare ausfallen können. Im Bereich der Krebstherapie mit Medikamenten wurden in den vergangenen beiden Jahrzehnten enorme Fortschritte gemacht. Künstlich hergestellte Antikörper und andere sogenannte zielgerichtete Wirkstoffe sind heutzutage zum Beispiel in der Lage, direkt in die Signalweiterleitung in den Krebszellen einzugreifen. Dort blockieren sie beispielsweise Wachstumsbefehle und die Krebszellen hören aufzuwachsen. Andere moderne Krebsmedikamente erkennen Krebszellen und markieren diese für das körpereigene Immunsystem. Das Immunsystem bekämpft dann die Krebszellen, so wie es bei einer Infektion eingedrungene Krankheitserreger bekämpft. Diese Art der Krebstherapie wird deshalb auch als Immuntherapie bezeichnet. Leider helfen diese modernen Wirkstoffe nicht allen Patientinnen und Patienten. Sie wirken nur bei Tumoren, die dank bestimmter genetischer Eigenschaften empfänglich dafür sind. Und diese Wirkstoffe können auch starke Nebenwirkungen haben. Welche genaue Behandlung für welche Patientinnen und welchen Patienten die beste ist, hängt von vielen Faktoren ab. Zum Beispiel von der Art und dem Ausmaß der Krebserkrankung. Bei Krebs gibt es deshalb keine Therapie, die für alle gleich gut ist. Wenn du Krebs hast, besprichst du daher am besten alles in Ruhe mit deiner Ärztin, deinem Arzt. Zur Vorbereitung des Gesprächs schau dir gerne die weiteren Videos hier auf dieser Plattform an. Zu allen häufigen Krebsarten findest du Videos, die dir alles Wichtige kurz erklären. Wenn du keinen Krebs hast, dann solltest du alle Möglichkeiten zur Früherkennung nutzen. Gerade bei den Big Four, bei Brustkrebs, Prostatakrebs, Darmkrebs und Lungenkrebs gibt es dazu etablierte Verfahren. Sie helfen, diese Krebsarten zu einem Zeitpunkt zu entdecken, zu dem sie noch keine gravierenden Beschwerden machen und noch gut zu behandeln sind. Früherkennungsuntersuchungen gibt es aber auch noch bei anderen Krebsarten, beispielsweise bei Gebärmutterhalskrebs. Zur Früherkennung von Brustkrebs haben in Deutschland alle Frauen ab 30 Anspruch auf eine jährliche Tastuntersuchung der Brüste. Frauen zwischen 50 und 69 Jahren werden alle zwei Jahre im Rahmen des Mammographie-Screening-Programms zu einer Röntgenuntersuchung ihrer Brust eingeladen. Eine Tastuntersuchung zur Früherkennung von Prostatakrebs wird auch allen Männern ab 45 empfohlen. Dabei tastet eine Ärztin ein Arzt die Prostata vom Enddarm aus mit dem Finger ab, um zu prüfen, ob sie sich vergrößert hat. Sinnvoll ist in diesem Zusammenhang auch das wiederholte Bestimmen des sogenannten PSA-Werts im Blut. Zur Früherkennung von Darmkrebs kann und sollte jede und jeder gesetzlich Versicherte ab 50 einmal im Jahr kostenlos ihren oder seinen Stuhl auf Spuren von Blut untersuchen lassen. Ab 55 wird eine Darmspiegelung empfohlen. Eine Darmspiegelung ist meist die einzige Möglichkeit Darmkrebs frühzeitig zu erkennen, denn typische Symptome, die früh auf die Erkrankung hinweisen, gibt es nicht. Das ist auch bei Lungenkrebs das Problem. Im frühen Stadium verursacht ein Lungenkarzinom häufig keine Beschwerden. Kostenlose Früherkennungsuntersuchungen für alle gesetzlich Versicherten gibt es bei Lungenkrebs allerdings nicht. Für Menschen mit einem besonderen Risiko für Lungenkrebs, zum Beispiel langjährige Raucherinnen und Raucher über 65, kann allerdings eine freiwillige Früherkennungsuntersuchung mithilfe der sogenannten Niedrigdosis Computertomographie sinnvoll sein. Falls das auf dich zutrifft, solltest du das mal mit deiner Ärztin oder deinem Arzt besprechen. Und allen jüngeren Raucherinnen und Rauchern kann ich nur sagen, seht zu, dass ihr später nicht zur Gruppe der Menschen mit einem erhöhten Lungenkrebsrisiko gehört. Bei Lungenkrebs ist Vorsorge einfach, denn bei Lungenkrebs kann es bei der Einschätzung der Risikofaktoren keine zwei Meinungen geben. Im Vergleich zum Rauchen sind alle anderen Risikofaktoren eher unbedeutend. Laut Statistik gehen in Deutschland 9 von 10 Lungenkrebserkrankungen bei Männern auf das aktive Rauchen zurück. Bei Frauen sind es mindestens 6 von 10 Fällen. Deshalb hört auf damit. Je früher, desto besser.